Manchmal verwechseln die Tiere mit Müll. Wenn sie Müll essen, haben sie ganz fest Bauchweh. Weil wir nicht wollen, dass die schönen Tierchen vom Bodensee Bauchweh haben, haben wir zusammen aufgeräumt. Für das haben wir Händchen angezogen und sind zusammen mit erwachsenen Personen gegangen, damit wir uns ja auch nicht verletzen. So viel haben wir zusammen gefunden. Die Enten und alle Tiere haben ganz fest Freude, dass es jetzt so sauber ist. Wenn mir jetzt ein Bombofetzli am Boden fällt, so lässt sich das gleich wieder auf. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Es gefällt mir. Ich freue mich. Das ist ein Verkehr. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020